Hallo aus Schwetzingen, hier findet gerade eine Ausbildung für Bloor-Door-Messdienstleister statt und neben mir ist Sascha Holzapfel von CCM Holzapfel. Du bist Bauleiter und machst gerade auch dieses Seminar. Was ist denn so die Herausforderung als Bauleiter? Es ist die Koordination zwischen den einzelnen Gewerken, dass das Hand in der Hand arbeitet. Das eigentlich müssten doch die einzelnen Gewerke wissen, dass sie Hand in der Hand arbeiten. Tun sie das nicht oder machen sie das trotzdem nicht? Leider nicht so, wie es gewünscht ist. Da muss man doch viel Koordinationsarbeit leisten. Das heißt, in erster Linie versuchst du dann Bauabläufe zu koordinieren und Verständnis zu wecken? Ja, das mit den Handwerkern zu sprechen im Dialog und zu sagen, hau ich zu, mach das und das, dass der andere das dann kurzfristig danach erledigen kann, damit alles schnell läuft auf der Baustelle. Und du bist ja hier und machst seit ein paar Tagen diese Weiterbildung zur Fachkraft für Differenzdruck, Messtechnik vom GH. Wieso möchtest du wissen, wie Bloor-Door-Messungen funktionieren? Nein, einmal möchte ich es wissen, damit ich auf der Baustelle auch dafür sorgen kann, dass die Arbeiten richtig durchgeführt werden. Und möchte ich natürlich auch noch ein weiteres Geschäftsfeld für meine Firma eröffnen. Damit kannst du quasi deine Arbeit auch selbst überprüfen dann. Warum hast du dich für diesen GH-Kurs entschieden? Ja, ich habe mit dem Holger Merkel gesprochen gehabt und der hat mir den empfohlen und ich habe es jetzt einfach gemacht und bin sehr begeistert. Das heißt, es lohnt sich, das kannst du weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Warum? Ja, die Mentoren, Tutoren sind sehr locker, erklären einem das sehr, sehr, sehr gut und man nimmt das Geld gut auf. Man kriegt sehr viele Informationen mitgeteilt, aber ich denke, das ist gut machbar. Okay, dann vielen Dank. Wir haben also gelernt, Qualität am Bau bedeutet viel reden, viel koordinieren und wer mehr weiß, der kann auch besser arbeiten. Unter anderem auch, wenn man die Qualität mit Bloor-Door-Tests überprüft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017